Schönes Tor! Geil! Ohhhh! Schnell! Das war die geilste Zeit an der Zeit. Genau, genau. Heute ging es mal wieder Eisball. Das war ja so geil damals beim Testweg. Ohhhh! Ohhhh! Ein starker Paul-Uli! Mann ey! Schön! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Oh, Mitarbeiter, kommen! Feuer! Das geht runter wie Honig. Am Schluss! Jawohl! Das ist ja nicht schwierig. Das ist ja nicht schwierig. Das war ein paar Sachen. Das war auch schön. Ach! 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 Das geht doch gar nicht! Mensch! Tritt doch unseren mal richtig um, da das die Elfmeter gibt. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Hey! 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 Jetzt keine hohe Flanke! Ja! Oh! Hey! 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 Haja! Ich wäre nicht zittern! Ja! Der hätte auchputer geschossen. Ne! Jawohl! Oh, was ist gut! War ok, war ok! Jetzt bringt doch Freier noch ein, Alter! Echt? Michael steht Freier! Den lassen? Ganz oder gar nicht? Ein schönes Tor, schönes Tor! Nein! 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 Jawohl! Schieber! Ja! Ja! Jetzt! 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 Ja! Was denn? Hä? Ist doch schlecht! Schlechter kannst du es doch nicht machen! Nein! Schieß jetzt! Ja! Marie! Nein! 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 Wann corrosion! det Nein! Ja! Er geht mal wieder los! Jetzt! Nee, das hat er. Jetzt noch was frei dabei. Einfach zu reden! Oh, jetzt weiß ich was. Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Das ist der Schlusswert! 2 zu 0!